Hallo? Entschuldigung, ich habe hier eine Rechnung von Ihnen. Ich verstehe Ihnen nicht so ganz. Da steht, dass wir den Zahn... ...aber nicht das Problem. Deshalb haben wir auch die Kohlwelle ausgetauscht. Dazu kommt der... ...in Verbindung mit der... ...Garde zum... ...Renheim-Fahrer-Ursatz. Der ganz übliche Preis also. Der schaffee wird... ...kirchen, oben, 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 oben. Die Kohlwelle. Der schaffee wird...